herzlich willkommen zu raft show dann ein moment verkehrt herzlich willkommen zu raft das nicht was haben wir waren letzte erfolge bei der insel die schon wieder weg ist und ich habe wagen verduscht die insel ist echt komplett weg was so wir brauchen hier dann wasser und wir wollen jetzt diese blöde schmelz wo ich brauche jetzt schrott und nägel schrott und herstellen der schmelzer dann auch die schenil herstellen ich weiß es nicht ja genau auch gott dann braucht man wahrscheinlich richtig viel ach wegen des beheizen auch diese kleinen was die ist klein also relativ kleine wo max ist und haben irgendwie ein bisschen auch wieder in der mitte ja erstmal alles in mittelklar einfach alles klatscht hier dazwischen jawohl ja doch ja doch das für zucker rand sehen wir in voren sind weil wir können das ja alles dann wie lange platzieren lange platzieren lange platzieren kann ich das noch irgendwas machen sand platzieren machen bissel oh alter ich bin einfach gut ich tue einfach mal glas verstellen glas ist ultra wichtig und dann könnten wir eigentlich mal ding irgendwas konnten mit glas bauen das größere wasser ding könnten wir bauen zum beispiel ja das meine ich das ist das wäre schon mal mega nice dann konzentriere ich mich da mal drauf reiniger das sind vier glas dinge schon mal schauen ob mit einem sand ein glas entsteht oder so ist ich hoffe dass mehrere entstehen ja ich hoffe das bau ich mache schnell nur frank für die nächste insel schon mal naja das gut wir müssen mal das segel wieder eine naja stimmt wie hier mal irgendwie ist mir das komplett irgendwie kann also kommt da gerade gar nichts mehr tote hose haben wir klar haben wir alles braucht nur noch frisch also ein sand ist ein glas nee oder das dauert ewig karten ich muss mal die pfeile muss ich einmal irgendwann sorgen ich immer noch im inventar das kleine lager das nervt mich so scharniere wir bräuchten so ein scharnier einfach ach ich bin einfach durch na scheiße leider unter der hei der hei wo ist doch kacke ja also die schmelze die schluckt holz ja da hinten kommt alle wieder daher schon wieder gott sei dank aber spiel ist eigentlich ganz gut für so umweltaktivisten sowas hier über plastik eigentlich kann man das hier vorne ist ewig lang machen weil wir so ewig lang natürlich fahren wir direkt da so da vorbeine das gibt es doch nicht direkt hallo die netze werden alles richtig geil wenn doch nicht ja die drehen sich grad du machst es gerade aber ich dachte was ist los jetzt kann ich mal so blöd eigentlich so kann man das ein bisschen steuern ja 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 ich mache es wieder gerade ist das geil das war gut idee haben die fangen jetzt eigentlich so eine kapazität ich weiß es nicht ich bin enttäuscht so funktioniert eigentlich prickelnd oder ja einwandfrei ich bin so ungeduldig komm her du scheiße was so jetzt noch ein glas haben wir denn noch ein glas macht es macht spaß einfach so das los steuern das ist nicht vorher drauf gekommen bin ja wo ist das zeug jetzt hin ich habe schon vieles aufgenommen ich muss ein bisschen dahinter ja gleich kann ich nicht mehr reinigen reiniger bauen klaus aufnehmen jawoll das tue ich mal metallerz mal rein rein reiniger herstellen das dann einfach mal wieder ein bisschen oh das geil ist das oh der braucht kein holz mehr das neue braucht kein holz mehr was geil das ist mit sonne oder sowas da wahrscheinlich oh geil das kann man dann voll machen hier oh mein gott da haben wir unser wasserproblem gelöst oh geil da brauchen wir dieses ding nicht mehr ich lass den klein aber trotzdem mal scheiße jetzt habe ich getrunken weil das steht flüssigkeit einfüllen weißt du was ist das für eine kacke ey was für eine scheiße ja gut aber ich glaube toll nacht jetzt kann man sich ausprobieren naja obwohl doch das funktioniert sogar in der nacht und dann auch durch mein kupfer mit halbarn auch mit halbarn ja wir werden angegriffen was wo also war das kann ich die mit halbarn erforschen eröffnen metallbare oh nice ja 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 schaut ihr es mal an scharnier bolzen schere perfekt zum wolle schneiden stationäre anker der immer da ist okay jetzt ist wieder so eine stufe erreicht ein fortschritt süßwasser hammer ich kann hier richtig geil ich habe nicht richtig mit einmal hat trinken so der große grill was brauchte plan metallbahn ok zwei metallbahn alles kriegen wir hin sehr gut okay holz geht langsam aus ich habe mir doch eh schon wie verrückt schau mal nach vorne und hinten ob du da was gutes findest links schwimmt zweimal holz das musst du mal ich bringe uns mal ein bisschen hin so ja was ist oh nice da könnten wir vielleicht paar sachen finden da ist ne insel ist ne es ist keine insel ist so ein floß ding ach das braucht immer noch wasser wurde sehr richtig viel wasser das ist richtig haben wir kann sich aber richtig satt trinken sammelst du das schön vorne oder kommt da was an ja ob die netze tun das sollte man ganz gut machen ja ja aber nicht dass die mal voll werden oder sowas aber die netze sind voll oder also ich tue es immer gut lernen aber ja die sind immer schön voll das ist geil das war das tue ich mal kurz die kupferbahn erforschen so eine batterie jetzt richtig rund hier naja mit bolzen und so kann es sein für eine hängematte zum beispiel braucht man die feder und die kriegt man wahrscheinlich nur durch dieses vogel ist oder das kann sein das kann sein oh ich brauche was zu essen was hat denn der da gebaut die sieht echt kurios aus ich spring da drüber ich finde es interessant dass die dann sinken sobald du die kiste nimmst ja ua rezept früchte kommt ja lol da war fast gar nichts nützliches drauf mhm toll bei planken und palme zeug so das in einem topf gekocht wird aha ach das sonnenaufgang ist doch schön da ist ein fass ich bringe uns zum fass nein ô das und Oh nee, jetzt du, du mach ich. Ihr fasst es schneller wie wir. Hol dir das Fass? Ja. Brav. So, dann muss man wieder in die Richtung. So, dann haben wir eh schon wieder, na gut, äh, nein, ich mag das, kann man das jetzt einholen? Wie holt man den Scheiß ein? Also das Einholen, das ist echt, du musst echt so eine richtige gewisse Stelle haben, ne? Naja. Ich finde die gerade nicht. Ha, der grillt sich sehr geil aus, gefällt mir. Ich kann es nicht einholen, ich weiß es nicht, ich krieg's nicht hin. Ah, jetzt. Nein! Ich hab Doppelklick gemacht. Scheiße! Oh, geil! Nein! Nein! Sag mal her, dann gib doch mal. Doppelklick. Oh, nice! Jetzt blöde Frage, wollen wir, oh nein, das wolle ich jetzt nicht. Nein, nicht, ich will die Blanke nicht rein tun. Ja, dann grillen wir halt noch einmal da was, das ist wurscht. Aber ich würde dann einfach, glück gesagt, die kleinen grills und diese kleine Tränke einfach weghauen. Ja, könnte man machen, ja. Oh, warte! Oh, warte! Oh, warte! Ich baue jetzt erstmal... noch ein großes Lager. So. Ehrlich haben wir jetzt ein großes Lager. Wo soll ich es zum Wagen? Geil. Mama. Ja, klatscht es hierher, hierher. Da. 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 Ja, genau. Passt. Was tun wir da rein? Einfach alles, was ich jetzt nicht brauche. Ich brauche schon eine Ordnung. Ne, ich brauche eine Ordnung. Ja, schon habe ich, muss jetzt hier ein paar. Erstmal. Ach, Gott. Wir könnten noch mehr Beete machen eigentlich, ne? Weil... Ja, ich würd grad großes Ding gerne mal bauen. Scharnier. Warte, ich hab'n schönen Tag. Die will ich mal loswerden. Wassermelonen. Und Ananas. Schau mal, was, was brauchen wir denn als nächstes? Was ganz nützlich wäre. Bolzen. Scharnier. Batterie. Gut, Batterie brauchen wir noch nicht. Boah, gut, der stationäre Anker, der ist relativ teuer noch zum Herstellen für... Okay. Der würde ich jetzt vielleicht eher auf Nahrung setzen. Geh da weg. Mhm. Wo hast du denn angefangen? Da hast du angefangen. Aber da würde ich dann fast so, so, so. So. Wie hast du eigentlich weggerissen? Wie kann man eigentlich was wegreißen? Da braucht man die Axt dafür. Reiß mal das da weg. Oder warte. Noch nicht. Äh, wir müssen erstmal gucken, damit wir vielleicht nochmal paar so Netze... Paar Netze bauen können. Das wäre ganz nice. Ja. Ja. Ich hab Hunger. Wie soll ich jetzt schon wieder Hunger, ey? Schau in die Truhe, da haben wir noch... Welche Truhe? Die. Ja und ich bauen mir dann vielleicht doch gleich nochmal ne Angel. Oder auch gleich mal Fische fangen. Fischi fangen, Fischi fangen. Das hier weg tun wahrscheinlich, oder? Jo. Ja, du weißt welches ich meine. Oh. Das sind sie so. Oh scheiße, ich hab Hunger. Mal da. So. Oh, ich hab keine Blanken mehr. Hast du heute irgendwo eine Do? Ähm. Ich hab bisschen Holz genommen, ja. Um da bisschen schmelzen zu können. Komm. 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 Ja, nein. Nein, nein. Ich hab's doch gewusst. Ah, er ist tot. Wo ist hier? Jawohl, dann können wir gleich die neuen Dinger einweilen. Grill. Lalalala. Ey, der Segel ist draußen. Wieso ist das Segel draußen? Achso, wegen der Insel, ne? Ja. Warte, wir müssen da noch ein bisschen losieren. Ne? Na Gott, da. Oh, die Insel schaut doch nicht gerade klein aus. Ich hoffe, dass wir mal ein bisschen mehr finden, ey. Ja. Ja. Das wäre jetzt ganz lustig. So. Ja, das schwimme ich. Also, das ist ganz praktisch immer mit dem Hai. War ich dann irgendwie... Ja. Egal. Das mal drei High Steaks da reinhauen. Ich mach mich nicht zu weit vom Floß entweder, weil ich hab ein bisschen Angst. Ja, weil das Bohren doch dann wieder relativ flott, ne? Ja. Ja. So. Und... Ich hab'n Anker. Du auch? Ah ja, genau. Ne, ich nicht. Gut, weil dann hau' ich den Anker hier raus. So. Anker ist draußen, denke ich. Ach, okay. Wir haben gleich mal unter Wasser hier. Hier ein bisschen Schrott. Bringe ich mal alles raus, was ich hier nicht brauch. Oh, hier ist glaube ich eine Muschel. Ja, das ist gut. Muscheln. Muscheln. Naja. Ach Gott. Was ist mir da? Scheiße, Insel. Ja, die Insel sind aber schon ein bisschen komisch gemacht. Ja, mit der rumchampen. Ja, das nervt ein bisschen. Okay. Die Palme nehmen wir mit. Das kann ich da später nicht... Ach, da esse ich's ja schon halt schon. Scheiße, Blume bräunet, bräunet, bräunet. Äh, äh. Das mir auch. Bisschen Schrott schadet nie. So. Bisschen mehr Brübe, Brübe. Ah, Wassermelone. Da darf ich mich nicht aufnehmen. Da hinten liegt noch irgendwas. Wieder Schrott wahrscheinlich. So. Mal Schrott. Schöne, das ist gerade sehr der Hai eigentlich nicht da, ne? Ja, es ist unter Wasser wäre das glaube ich ganz gut. Vergesse mal den Sauerstoff. Ach. So. Ach. 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 Krass, das haben wir noch nicht gefunden, ne? Wo man sagt, boah krass, irgendein Flutzeug oder sonst irgendwas. Ah, da drüben ist eine Kiste. Oh Gott. Hm, das ist ein Bolzen-Scharnier. Was? Bolzen-Scharnier ist das gut. Das ist sehr gut. Da will ich noch mal rein, weil... Ah, Sauerstoff. Ah, meine Güte. Oh, bin ich weit weg von der Insel. Oh, meine Güte. Hä? Ach, da bist du. Wo war denn das jetzt? Ne, ich glaube, jetzt habe ich verpasst. Ich glaube, ich komme noch nicht mehr rüber, ne? Oh, da ist noch was. Oh, da ist noch was. Oh, na. Oh, na. Oh, nein. Oh, nein. Wo war denn eigentlich das Fluss war? Wenn wir mal kurz zur Luft holen und dann... Ah, das kann es aus, dass er backt gerade ein bisschen bei uns im Fluss rum. Kann man vielleicht sowas machen. Ja, hier. So. Ich hole ein bisschen Metall-Erz. Ja, da ist es gut. Ich glaube, ich nehme ich auch, dass Metall-Erz ganz wertvoll ist. So, jetzt gehen wir mal kurz zurück. So, erstmal wie alles in die Truhen irgendwie rein kriegen. Dann der Riesen-Mupfel. Ja, aber ich glaube, so vom Tauchen her, ich bin jetzt paar Mal um die Insel, glaube ich, schon getaucht. Finde ich nichts mehr großartig. Ah, okay. Da ist noch eine Muschel, aber... Hä? Ich nehme die Buschel. Ach, das geht wieder nicht. Das ist ein Muschel. Ja, das ist ein Muschel. Ihr Mann, ich muss schon kommen. Komisch, aber es ist ja nicht. Oh Gott. Boah, das war knapp. Da ist noch ein Auspuff. Ein Auspuff. Oh, shit, der Hai kommt. Oh nein. So. Spring da hoch. Danke dir. Ah, ich packe hier rum. Hey, die Inseln sind so dumm gemacht. Ja. Nee, sie sind wirklich einfach Katastrophe. Springt auch. Ich sag das, was du hoch springen. Ich spame eine Leertaste. Ah. Und ich hab doch doch... Toll. Muster weg. Gott sei Dank. Hä? Hey, das will ich mitnehmen. Das kann ich wieder machen, oder? Nee. So. Auch wieder da. So. Mein Inventar ist leer. Ja. Was dagegen, wenn ich jetzt diese drei Kleinsachen abrässe? Zwei kleine Krü... Kleines Wasser denn? Prinzipiell nicht. Nee. Ich hab da mal irgendwas reingehauen, glaube ich. Ja. Bin mir gar nicht sicher. Ach so. So. Blanke. Sehr gut. Seil muss ich erstmal... Ach nee. So ist da kein Stein. Bisschen Seil. Ey nein. Scheiße. Hallo. Vögel. Weg da. Kann weiter machen. So. So. Und dann... Mugel. Ey, du brauchst das so viel Seil bei dem Scheißding. Das ist echt übel, ne? Ja. So. Was. Forschungstisch. Ähm. Bolzen. Bam. Erforschen. Tadaaa. Aha. Metallangel. Oh, die geht... Metallspeer. Die geht da nicht kaputt, oder wie? Netzwerfung. Ein Tier zu fangen. Eine Uhr zeigt die Uhrzeit an. Na gut. Eine Metallachst. Und ein Schrotthausch. Schrotthaken. Oh, Schrotthaken. Er ist schneller haltbar und kann weiter geworfen werden. Okay, das ist auch so. Ich habe etwas anderes vor. Wollen wir noch mal auf die Insel oder solchen Anker lichten? Warten mal, ich habe hier eine... Oh. Moment. Das verstehe ich jetzt nicht. Helfen nicht zu. Och nee, sag mir nicht, dass ich da umsonst... Was denn? Ihr dacht ich tu uns beiden mal so ne Totschale, weil anfeinend kann die Wasser halten, aber irgendwie kann ich die jetzt nicht mit Wasser befüllen und sowas, keine Ahnung. Ja, was bringt dir ne Totschale? Ich hab doch ne Tasse, aber warum sollte ich jetzt ne... Ja, weil halt die vierfache Menge reinpasst, muss man nicht so oft zum Wasser... Achso. Fangen wir jetzt nen größeren Wasserding jetzt, muss man ja relativ oft auffüllen dann. Ah ja, verkackt. Kletterpflanzenklipper, was soll denn das da sein, ey? Was, Klipper? Ne Schaufel. Schaufel. Aha. Seetang. Also Seetang irgendwo, dass wir das noch nicht haben, das wundert mich richtig. Ja. Gelernt, 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 gelernt. Ja, wir lernen langsam dazu. Metall Arrow. Sag mal, wo ist der Bogen eigentlich? Wir haben einen Pfeil... Ach da, der Bogen. Dafür brauchen wir den Kletterpflanzenklipper. Und den kann man durch Seetang, glaube ich. Ja, dann wäre das nicht ganz geil, wenn wir den hätten. Ja, aber Seetang, das muss doch hier irgendwo sein, oder? Das gibt doch nicht, dass das nirgendwo ist. Nützlich, um Schmutz zu sammeln. Schaufel. Hm. So, das braucht Wasser. Was mache ich mit einer Muschel? Ich lichte jetzt mal... Willst du nochmal auf die Insel? Ach so, warte. Folgebeende. Benden. Oh ja, oh ja. Gut, dass du das drauf gelassen hast. Gott, fürs Willen. Danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge lichten wir den Anker und fahren da mal zu den ganzen Fässern da hinten. Juhu. Danke fürs Zuschauen und ciao. Ciao. Ciao.